1.30 Uhr zurück, verfolgen wird, pausche an der S-Kurve, hier in der S-Kurve. 1.30 Uhr zurück, verfolgen wird, pausche an der S-Kurve. 1.30 Uhr zurück, pausche an der S-Kurve. 1.30 Uhr zurück, verfolgen wird, pausche an der S-Kurve, hier in der S-Kurve, hier in der S-Kurve, hier in der S-Kurve, hier in der S-Kurve. 1.30 Uhr zurück, verfolgen wird, pausche an der S-Kurve, hier in der S-Kurve. 1.30 Uhr zurück, wir brauchen mehr Einheiten.